Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute gewusst haben und herzlich willkommen bei WetterCampbell. Heute ist Freitag, ich spiele Free Fire Max und ich spiele Battle Royale und danach CS Ranked. Viel Spaß! So, die erste Runde geht gleich los. Wir sind in der Aufbaufase. So, warte mal. Ah, Klammer. So. Runterspringen. Ich werde wieder nur die Sachen einsammeln. Mal ein bisschen leiser. So. Ich muss auch oben mal ein bisschen leiser machen. Entschuldigung. So, und da bin ich wieder. So. Ich werde die Sachen einsammeln, die hier von den Computern gezeigt werden. Hm. Doch. Bislang wird hier nichts angezeigt. Und ich darf die Waffen waffeln. Die Waffen nicht wechseln. Ah, hier wird nichts angezeigt. Ich kann euch sagen warum. Die Zone ist hier unten. Deswegen wird hier nichts angezeigt. Und. Kills darf ich natürlich auch looten. Oder. Leichen. Kills, Leichen. Wie auch immer. Hier. Wir rennen erstmal weiter. Da ist ein Dorf. Wir haben ein Dorf hier oben. Links. Da wird gleich was angezeigt. Die schießen da hinten schon. Ah. Es wird jetzt schon was angezeigt. Da. Das ist noch in meinem Bereich. Ich. Okay. Gute Zeit. Das darf ich gehen. Hehehe. Ahaha. Zubi. Und schon ausgerüstet. Problem ist. Was ist das? Scharfschützengewehr? Super. Ja. Richtig. Nice hier. Nur nichts für Nahkampf. Also. Ich darf nicht in Nahkampf gehen. Das war kein Problem. Dann schießen wir alle vorher. Bevor sie genug an uns ran sind. Das macht Spaß. Ich hoffe. Bis dann kommt. Steht hier noch nichts mit Headshot. Also. Ich denke. Das hier. Bislang. Schön. Gleiche Mut. Und jetzt kann ich wie so über alles rüber laufen. Ja. Noch nicht ganz. Da steht noch eine Nahkampfwaffe. Ich wollte gerade sagen. Jetzt kann ich über alles rüber laufen. Weil ich sowieso schon alles habe. Aber. Och. Da war eine Tor getrennt. Da erinnere ich mich jetzt. Da. Ich . So. Jetzt haben wir alles. Jetzt hallo ich auch nicht wieder drauf zu achten. Ähm. mit dem gut weil ich jetzt wieso alles habe was ich jetzt nur noch probiere ist mit jeder waffe ein kris zu kriegen eine tastatur gerutscht sind schräg ja da 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 Ok, ich glaube, hier ist ein KI. Psst, nicht da. Ok, den proben wir auch nicht. Wir sind noch voll und ganz zufrieden. Und dann soll ich was looten? Also wenn da steht, dass ich da was looten soll, muss ich trotzdem hinlaufen? Sollte ich trotzdem hinlaufen? Aber ich kann ja auch über andere Sachen rüberlaufen. Ich habe ja schon alles voll. Außer so Ausrüstung. Aber... Außer Unfall. Bleib schön. Ok. Ok. So, dann haben wir jetzt noch ein Kill mit der Keule und ein Kill mit der Schrotflinte fehlt noch. Oh, ich habe gerade gesehen, da oben soll ich hin? Ich werde es fehlgeschlafen. Ich werde es fehlgeschlafen. Warte mal. Den holen wir uns. Hier mit. Bleib mal ab. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Hehehe. So, jetzt nur noch die Keulen. Jetzt gibt es einen auf die Nuss, auf die Hasinuss. So, da ist ja noch einer. Komm. Komm her, komm her, komm her. Das ist ja set. Aber das gleiche mit euch. Erst große Klappe und dann weglaufen. Oh, egal. Ja, ich suche, dass man da oben macht. So, da habe ich was mit dir. Was ist da? Warum im Barsch mich? jetzt habe ich mit jedem ein kill das heißt alter was ist das bin ich wieder schlecht aber der hat doch viel schuss viel schaden gerade abgezogen aber mit jenen ein kill auf jeden fall mit der m60 mit der m1873 mit der sniper ach so die anderen beiden stehen gar nicht da mit der keule und den dingens mit der shotgun das ist das maschinengewehr shotgun sniper aber ach nicht viel ahnung scheiß drauf wir spielen mal cs jetzt elf ja immerhin cs ranket bis gleich ok die erzone geht los es ist jetzt ein special cs ranket keine ahnung ich weiß nicht was zum special cs ranket ich weiß nicht was zum special cs ranket bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich Die erste Wunde kann man verlieren, die zweite deine Augen hast, aber ab der dritten wird es schlimm. Okay, hier. Nix. Gibt's nix. Was ist das? Ich weiß nicht. Kriegt da jemand Ärger? Ah, der Vater spielt und die Mutter meckert mit dem Kind. Ja. Ja. 1 1st Blood Red Light Rote Linie Red Light ist doch viel Witziger Und jetzt wird's spannend Schau mal Rauch H-Head da So true Push bridge Ja, ich bin gerade wieder. Acho ja wieder, ich bin gerade wieder. Merde, ich bin tot, ich bin tot total. Es passt schon. Ja. Ah. Ja. Zahra. Hm. Beine. Beine, beine, beine. Gibt's nicht. Ich bin hier auf einem Buch. Genauso wie beim Ausbau. Weiss! Ja, ich bin hier oben. Ich bin hier oben, und bin hier oben. Ich habe ein Loch. Ich habe es hier oben. Ich habe es hier oben. Ich habe es hier oben. Ich bin hier oben oben. Ich bin hier oben. Bord? Double kill! GILBERTO, da unten bist du gleich tot. Du kommst doch gleich nicht mehr rein. Ich habe einen Stern verloren. Ich hatte vorher noch zwei. Schade, schade, schade. Bei der Schlechteste. Bei der Allerschlechteste. So, und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Und ich sage, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video seid, bei den Allerschlechtesten. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.